Die Simple Show erklärt die Gründung einer Kommanditgesellschaft, kurz KG, mit Go Ahead. Das ist Kai. Kai hatte heute Morgen beim Frühstück mit seiner Familie eine geniale Geschäftsidee. Damit will er sich selbstständig machen und eine eigene Firma gründen. Er ist so überzeugt von seiner Idee, dass er das Risiko nicht scheut. Doch für die Realisierung seines Vorhabens benötigt er noch zusätzliche Investoren. Da er nicht über genügend Kapital zur Umsetzung seiner Idee verfügt. Als er seinem Freund Robert von seinen Gründerplänen erzählt, gibt der ihm einen heißen Tipp. Die Gründung einer KG mit Go Ahead. Die KG ist eine flexible deutsche Personengesellschaft. Sie kann schnell und unbürokratisch gegründet werden. Sogenannter Vollhafter dieser Gesellschaft, komplementär genannt, kann eine natürliche Person oder eine Kapitalgesellschaft sein. Ein oder mehrere sogenannte Teilhafter, Kommanditisten genannt, schließen sich mit dem Vollhafter zu einer Kommanditgesellschaft zusammen. Die Höhe der Teilhaftung ist ab einem Euro möglich. Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme mit Go Ahead. Kai erhält von Go Ahead umgehend das Muster eines KG-Vertrages, einer Handelsregisteranmeldung, der Anmeldung beim Gewerbeamt sowie einer Eröffnungsbilanz und ausführliche schriftliche Informationen zum Führen einer KG. Darüber hinaus steht ihm ein persönlicher Kundenbetreuer zur Verfügung. Nun muss Kai nur noch die Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt tätigen und einen Notartermin für die Handelsregisteranmeldung vereinbaren. In seiner neuen Firma wird er Vollhafter und ist damit auch automatisch der Geschäftsführer. Somit haftet er mit seinem gesamten Vermögen. Die Kommanditisten haften nur bis zur Höhe ihrer Einlage, nicht persönlich darüber hinaus. Die KG wird ins deutsche Handelsregister eingetragen. Steuerlich geführt wird die Gesellschaft beim Finanzamt. Dank Go Ahead verliert Kai keine Zeit und kann sich uneingeschränkt auf seine Geschäftsidee und den Aufbau seines Unternehmens konzentrieren. Und falls er noch weitere Dienstleistungen benötigt, kann er jederzeit auf das umfangreiche Serviceangebot der Go Ahead zurückgreifen. Kai ist begeistert. Er dankt Robert für seinen tollen Rat und lädt ihn gleich zu seiner großen Gründungsfeier ein. Go Ahead – Die Gründer Weitere Informationen zur Unternehmensgründung auf www.goahead.de Weitere Informationen www.goahead.de www.goahead.de